Die Shaw Brothers Hong Kong präsentieren voll stolz ihre Kung-Fu-Stars Ti-Lung und Alexander Fu-Sheng in einem neuen Super-Action-Abenteuer, das jeden Fan begeistern wird. Der Schrei des gelben Adlers. 13 Kung-Fu-Kämpfer, die es mit jedem Gegner aufnehmen. 13 Waffen, die in Sekundenschnelle den Tod bringen. Der Schrei des gelben Adlers. Jetzt reite wieder zurück. Du hast dein Leben oft genug für mich riskiert. Warum hast du mir geholfen? Ich musste es. Aber ich muss dich auch warnen, Lou. Dein treuester Freund kann zum schlimmsten Feind werden. Wie meinst du das? Du, Ivan! Du sollst deine Rache haben. Töte ihn! Er ist der Mörder deiner Frau! Du, Halt! Erleben Sie die größten Kung-Fu-Stars der Welt in einem rasanten, dramatischen Action-Hit der Superklasse. Der Schrei des gelben Adlers. Er ist der Mörder der Schrei des gelben Adlers.